Willkommen zum zweiten Video zu C-Sharp, unserem kleinen, ich speichere das mal eben ab, unserem kleinen Anfänger-Tutorial. Das erste Video habt ihr ja dann wahrscheinlich schon gesehen, so hoffe ich. Das erste Programm mit der Ausgabe. Jetzt machen wir mal ein bisschen weiter. Wir haben hier einen Dreizeiler, also das letzte, wie gesagt, schon mal. Ich sage es gerne noch einmal, dieses Konsole-Readline hier steht nur dafür da, um die Konsole offen zu halten. Sonst würde die sich nämlich nach der Ausgabe direkt wieder schließen. Nur deswegen steht dieses Ding da. Also es ist ein Dreizeiler. Damit ihr seht, was ihr macht, führe ich das jetzt erst mal aus. Also ich führe das mal aus. Jetzt können wir hier eingeben. Hallo, was weiß ich, liebe Zuschauer. So, und jetzt gebe ich mal auf Enter und jetzt steht da noch mal, hallo liebe Zuschauer. Und wenn ich jetzt noch mal Enter drücke, dann schließt er das Ganze wieder. So, genau das soll das Programm auch machen. Ihr seht, drei Zeilen. Es macht, mehr kann dieses Programm eigentlich auch nicht. Also in der ersten Zeile hier oben. Hier. So, so kann man das, glaube ich, besser sagen, als wenn ich es jetzt so markiere. String, STR-Eingabe. Also ich deklariere eine String-Variable. Die nenne ich jetzt STR-Eingabe. Das ist deklarieren. Ich kann euch mal kurz zeigen, was initialisieren bedeutet. Initialisieren wäre, wenn ich jetzt hier hinter noch ein Gleichheitszeichen schreiben würde und sagen würde, hallo. Semikolon. So, jetzt hätte ich sie initialisiert. Also deklarieren heißt einfach nur sagen, du bist ein String und du heißt so Ende. Und initialisieren heißt sagen, was du bist, also hier in dem Fall ein String, wie du heißt, in dem Fall String-Eingabe. Und gleichzeitig einen Wert zu weisen. Das Ganze nennt sich initialisieren. Nicht zu verwechseln mit instanzieren. Instanzieren ist wieder mit Klassen. Da kommen wir vielleicht später noch zu. So, das kann ich jetzt auch übrigens so lassen. Das wäre egal, weil, wenn ich jetzt schreibe wieder, hallo, liebe Zuschauer. So, und ich drücke jetzt Enter, steht dann natürlich wieder, hallo, liebe Zuschauer. Es ändert am Programmablauf nichts, weil ich hier mit dieser Eingabe das wieder überschreibe. Warum aber ein String? Vielleicht noch kurz, warum STR-Eingabe? STR, es gibt so eine, ja, wie soll man das sagen, so eine Konvention, dass Variablen werden immer klein geschrieben, sollen klein anfangen. Und STR schreibe ich deswegen, dass selbst bei dem kleinen Programm wäre es natürlich jetzt völlig egal, aber es gibt auch Quellcode oder Code, der seitenlang ist. Und damit ich hinten noch weiß, aha, das ist ein String, schreibe ich deswegen STR hier vor. I wäre Integer, DBL wäre Double und so weiter. Na, aber zu den einzelnen Datentypen kommen wir noch. So, warum aber hier ein String? Um auf unser Programm zurückzukommen, weil hier in der zweiten Zeile, hier, also ich mache das ja immer hier vorher, damit ihr das besser lesen könnt, die Methode Readline aus der Klasse Konsole gibt einen String-Wert zurück. Und das wäre jetzt, ist jetzt relativ, ist das einfacher, wenn ich jetzt auch einen String-Wert nehme, sonst müsste ich den konvertieren und so weiter sind wir noch nicht. Das geht auch, dass man ihn konvertiert, das machen wir auch noch alles. Ja, und alles das, was wir jetzt hier eingeben, packt er in diese String-Variable. Und hier ist einfach wieder, wie eben, Konsole Writeline. Ja, achso, ja gut, jetzt mache ich es hier. Und hier gebe ich, da steht auch nur die String-Eingabe drin und ich gebe sie wieder aus. Das ist das ganze Programm. Es dient jetzt dazu, dass wir einmal auch mal gesehen haben, wie man über die Konsole Daten eingibt. Dazu habe ich das Programm jetzt mal geschrieben. Ich habe es jetzt offline geschrieben, obwohl das auch noch ein paar Zeilen sind. Als nächstes werden wir jetzt mal so ein paar Variablen deklarieren. Ich werde jetzt mal so ein, ja, was heißt ein Programm schreiben. Ich werde jetzt mal einfach reinkloppen fürs nächste Mal, was es eigentlich alles so für die wichtigsten Datentypen, sage ich mal, die wir auch so benutzen werden. Nicht alle, aber den größten, einen Teil davon, was es denn so gibt. Es gibt da noch zig, also, ne. Jetzt überlege ich gerade noch, ob wir da auch die Zahlen grenzen. Die könnt ihr euch dann ergoogeln quasi. Also das brauche ich jetzt nicht alles noch aufzuschreiben, wie groß die Zahlen sein dürfen. Und dazu sehen wir uns dann gleich wieder beim nächsten Video. Ciao.